Norddeutscher Rundfunk 2021 Jüner! Jüner, schon mal! Nicht Kraft zählt bei dem diesjährigen Sportfest, sondern Geschicklichkeit und mentale Stärke. Trotzdem bedarf es Ausdauer und Not. Na recht, na recht. Für Schreckenstein! Für Schreckenstein! Ja, was habt ihr? Ich bin schlappe Haufen hier. Warum wollen Sie Schreckenstein verkaufen? Was passiert mit uns? Bezieht der Rosenfels. Guten Appetit! Das wird das Ende von Schreckenstein besiegeln. Es gibt noch eine Möglichkeit, das zu verhirnen. Wir erwarten einen Geschäftsmann aus China. Ah, Spahnpferd. Ja, der Hund war aus He. Ihr seht, ihr habt keine Chance. Alleine nicht. Ich habe mit eurer Hilfe. Und was kriegen wir dafür? Ein Kuss. Ihr braucht jetzt gar nichts zu sagen. Ich mache das trotzdem nicht. Er hat sie geküsst. Die Luft angehalten mit Mund zu Mund. Die Luft angeht, oder? Vielleicht bei einem geilen Video prima? Für die Mädels zum Heidi Klum gucken? Ne? Ja! Ja! Kennen Sie doch gut, oder? Also, in echt. Nicht nur vom Fucken, gut. Ich habe das vollkommen. Ich habe das vollkommen.